Die Show-Solution abspielen. Ja, das hatte ich auch hingekriegt. Aber was hatte ich jetzt danach falsch gemacht? Das war ja auch noch dabei. Dann, klar, ist es simpel. Und dann, habe ich dann irgendwas übersehen? Okay, ich habe was übersehen. Okay, er hat es erstmal nur noch da geschoben. Ah, ich glaube, ich weiß das Wort. Dann so, ja. Ah, verstehe. Hahaha, was ein Zaubertrick. Okay, ich hoffe, ich habe es mir gemerkt. Der Anfang... Oh, Alter, draußen wieder heller Sonnenschein, aber graue Wolken. Ist das immer interessant zu gucken. Okay, ich hoffe, ich habe es mir gemerkt. Das ist einfach so stehengeblieben. Ich hoffe, ich habe es mir jetzt gemerkt. Also, jetzt erst mal das gemacht. Dann, glaube ich, ausgeschaltet. Ja, da. Ne, war es so? Ne, ich glaube, so war es nichts, ne? Nein, ich glaube, so war es nicht. Na, Leute, ich muss nur mal gucken. Was hat er danach gemacht? Ich habe es mir nicht mehr gemerkt. Ich drehe noch durch bei sowas, ey. Könnte es ja nicht überspringen. Wir müssen es ja die ganze Zeit angucken. Also. Das Ding nach da geschoben. Ich weiß. Dann so gemacht. Ah, mit dem Ding runtergegangen. Okay. Mit dem Ding runter. Dann hoch. Dann erst mal den Schalter. Ah, verstehe. Okay, ich glaube, jetzt muss ich nicht... Also, er ist mit dem Ding mit runtergegangen. Das heißt, ich habe zu früh gedrückt. Äh, nicht jetzt. Ist schon interessant gebaut, aber man muss es machen. Also, erst mal so. Dann mit dem Ding runter. So habe ich mitgekriegt. Damit das Ding hier auch durchfahren kann. Das habe ich auch verstanden. Und dann... Und dann... So. Ah. Geile Kunst. Weil für irgendwas müssten ja die Magneten da sein. Die müssen ja irgendwie... ...in den Schaltern kommen. So. Jetzt haben wir wieder ein interessantes Level bei früher Morgen hier. Ich mache jetzt erst mal das. Der anfangen kann ja immer nicht so schwer sein eigentlich. Na, das war nicht so sinnvoll der Sache. Ja, ich denke, den Magneten brauche ich für was anderes. So, der muss nach links zeigen. Das war schon wieder nicht das Richtige. Ich drehe noch durch. Ich schubs das jetzt mal weg. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ist es aber nicht. Okay. So, jetzt. Diese Klettersprache, man kennt sie. Ja. Jetzt. Die Kiste hier, ne? Hä? Warum hat man da kein Rot, ne? Ne, das war so nicht gedacht. Das war so nicht... Definitiv... Definitiv nicht gedacht. Okay. So. Machen wir das denn einfach nochmal. Ja, ich habe auch die 1 gedrückt. Ich drücke immer die 1 unbewusst. Ja, komm. Ja. Gelbe Schalter ist ja offen. Das heißt, hier muss ja nichts. Die gelben Schalter sind ja schon offen. Ich muss jetzt nur einen Weg finden. Na, ich glaube, das ist nicht so gut. Ich mache jetzt einfach mal so. Ne. Bringt nix. Bringt nix. Bringt nix. Bringt einfach nix. Wir machen das schon, Leute. Wie machen das schon, Leute? So. Die 2 drücken, wichtig. Direkt so. Der wird runtergeschubst. Ja. Nein, aber der geht nach links. Der geht nach links. Ich muss es mir angucken. Mach ich wieder mal was nicht richtig? Okay. Ja. Ich sehe schon, worauf du hinaus willst, Professor. Ich sehe es schon. Okay. Ja. Macht doch, glaube ich, Sinn. Macht doch, glaube ich, Sinn. Ja. Ja, dann so, natürlich. Ja, dann geht's auch, natürlich. Ja, dann geht's auch, natürlich. Können wir echt auf die Finger hauen, wenn ich immer die falsche Nummer drücke, Mensch. Ich brauche die verdammte 2, Mann. So. Ich glaube, ich darf die Kiste nicht nach da schieben. Ja, der muss ja auch runter. Aber ich bin's wieder mal nicht richtig angegangen. Ich drehe durch bei so, als wenn ich es immer nie verstehe. So. 2. Ja, ich glaube, ich muss hier oben das Ding setzen. So. So. Also, dann geht das doch, oder? Muss doch eigentlich... Ja. Meine Güte. Meine Güte. Meine Güte. Heute haben wir nicht so einen Lauf wie die letzten Male. Aber egal. 80% muss heute auf jeden Fall erreichbar sein. So. Haben wir wieder so ein Fragezeichen. Aber es ist alles auf Englisch. Ich denke mal, wir wissen, wie wir da vorgehen müssen. Ja, komm, ich springe einfach mal mit dem Teil runter, auch wenn das nicht gerade schlau war. Was ist denn das Ziel? Nee. Nee. Das ist jetzt auch nicht hart wirklich schlau. Ich muss es schon so machen. Ich muss es schon so machen. Ja? 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 Nein! Das wird nicht gehen, wisst ihr warum? Guckt jetzt genau hin. Das ist immer witzig. Nee, komm, wir müssen es wieder an uns angucken. Jetzt erst macht er den ganzen Turm da zunichte, versteh schon. Dann holt er die Eispistole, dann fährt er mit dem Ding runter, schmeißt das Ding da runter. Dann kann er auch so durch. Ja, okay. Versteh schon, versteh schon. Ich mach's immer anders und krieg's so gar nicht auf die Reihe. Und runter mit dir. Okay. Gut. Aha, er hat extra zwei Schalter gebaut, damit man nicht cheaten kann. Okay. 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 Okay.